Mein Name ist Max Isaksen. Wenn ihr das hier seht, werde ich tot sein. Max! Guten Morgen, Max. Bewerte bitte dein körperliches Befinden. Ich habe keine guten Neuigkeiten. Ihr Tumor ist erheblich gewachsen. Hören Sie mir denn zu? Stimmt irgendwas nicht? Ich wünschte, dass wir immer zusammen sein könnten. Du bist süß. Hier ist das Hotel Aurora. Wenn Sie den Vertrag unterschrieben haben, kann Ihre Entscheidung weder rückgängig gemacht noch verschoben werden. Du wirkst etwas komisch heute. Geht es dir wirklich gut? Nein. Jetzt müssen wir nur noch einen schönen und würdigen Schlusspunkt setzen. Ich möchte dir gerne eine gute Reise wünschen. Kann ich den Plan noch verändern? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Max. Ich muss Lerke wirklich noch einmal sehen. Ich merke irgendwie gar nichts. Das kommt noch. Oh, Kramp. Hilf mir. Egal, wo es dich hinführt, ich will mitkommen. Ich will nach Hause. Einfach nur nach Hause. Auf Luca. Ohhhh. Ja. Ich weiß nicht.